Ransomware. Das Wort hat jeder schon einmal gehört. Die meisten können damit aber nichts anfangen. Und das, obwohl der Begriff nicht neu ist. Ja, das ist absolut richtig. Ransomware begleitet uns schon seit über zehn Jahren. Neu ist aber die grosse Anzahl von betroffenen Firmen. Erklärt Andreas Wiesler. Und er muss es wissen. Denn als IT-Experte und Inhaber der Firma GoSecurity berät er Firmen und Privatkunden zum Thema Computersicherheit. Und exakt darum geht es beim Thema Ransomware. In letzter Zeit hört man immer häufiger davon, dass ganze Unternehmen lahmgelegt wurden. Wie läuft so ein Cyberangriff eigentlich ab? Da gibt es zwei klassische Wege. Das eine sind Schwachstellen in Software, die nicht geschlossen wurden. Und das andere ist E-Mail. Klicke ich dann auf so eine solche E-Mail und öffne das PDF oder Word-Dokument, lade etwas herunter, dann installiert sich diese Schadsoftware und der Schaden ist angerichtet. Es geht oft um Erpressung, um Datenklau und das Angebot, die Daten wiederzubekommen, wenn man zahlt. Manchmal warnt auch der eigene Computer vor einer Infektion mit Ransomware. Heisst also, auch privat können wir angegriffen werden. Andreas Wiesler mit Tipps, wie man sich davor schützen kann. Ja, die klassischen drei Dinge. Aktuelle Systeme und Programme, ein gutes Antivirenprogramm und eine Firewall. Dazu gesunde Skepsis, nicht einfach auf alles klicken, auch wenn es noch so verlockend aussieht. Und muss ich das auf dem Laufen halten, dann eigentlich auch auf Spam, verdächtige Websites und andere Betrugsmaschen beziehen? Ja, ich sage es immer und immer wieder. Halte wirklich dein System, deine Programme aktuell. Nutze die Cloud mit Bedacht und mache mindestens wöchentlich ein Backup. Das ist einfach essentiell. Das ist einfacher als gesagt. Das weiss auch Experte Andreas Wiesler. So viele Informationen prasseln auf uns ein. Wichtig ist es, regelmässig News zu bekommen. Zum Beispiel kann ich Heise Security oder BSI für Bürger empfehlen.